Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy, Let's Replay Super Meat Boy in Rapture, ich hab gerade mal nachgeguckt wo wir sind und wir haben heute einen Special Guest. Hi! Hä? Was? Was? Hier ist der Doktor. Hier ist der Doktor Freddy. Professor Doktor... ist das dein Titel? Der steht auf Youtube vielleicht irgendwann mal. Man hört mich wahrscheinlich ein bisschen leise, weil manche Leute ihr Mikrofon nicht einstellen können, deshalb rede ich jetzt ein bisschen lauter. Ich weiß nicht ob das laut genug ist, ich schreibe ein bisschen rum und wir sind gerade in Rapture und das ist die Bioshock Welt und wir versuchen hier mal ein bisschen zu überleben, nicht? Nein, ich hab in dieser Welt aufgehört, oh komm! Ich hasse es! Wieso folgen die beiden mir eigentlich nicht mehr? Die tot sind. Nein, eigentlich folgen die mir. Lock sie an. Nein, ich will die nicht an. Du lockst sie jetzt an. Ähm, stimmt, ich hab in dieser Welt letztes Mal aufgehört. Ich will keine Locker hat, ich muss das verstehen. Ja, man muss diesen Schalter drücken und dann kommen da zwei runter und dann muss man in der Zeit da hoch. Kann ich. Ich hab nie geschafft. War's nie so weit. Sicher? Ja. Ich hab versucht und bin gestorben. Das war übrigens mein Handy, oh Gott. Vielleicht können die Handy nicht laut durchstellen oder zumindest nur Vibrationen. Alter. Wir trinken jetzt ein bisschen absolut Wodka on the rocks. Wir trinken jetzt also ein bisschen Apfelsaft on the rocks. Genau. Nein. Ich bin ja für 80. Ich darf das ja schon. Nein! Oh Mann! Das Schlimme ist halt auch, äh, ich will übersteuern. Das Schlimme ist, wenn man den Schalter nicht ganz trifft. Denn spawnen zwar diese Scheißviecher. Der schmeckt voll scheiße. Der wär wirklich widerwärtig. Warte, ich trink auch mal ein bisschen. Ich hab mal so ein bisschen Sprite rein. Der steht hinter dir. Egal welche. Am besten die eine, die nicht angefangen ist. A Alter, ich treff entweder diesen scheiß Schalter nicht JA KOMM HUA MEIN SUA Mrmmm und ich hab mein Glas so voll gemacht dass ich Ist wahrscheinlich kein... Wenn ich Spreit mal reinkriege Ich kriege immer Spreit wenn ich bin Profi Ok, Great A kann ich schon mal vergessen Wieso ist dieser Wichser mir nicht gefolgt? Wer? Kishi Kannst du ein bisschen nach links gehen? Du musst dich unlocken Nein Das ist eine Profi Taktik Mach mal bitte Guck Nein, jetzt sind die wieder da Ich hasse diese Viecher, ernsthaft Ich find die super Ich find die richtig nervig, ich weiß überhaupt nicht wozu die sind Damit die dich ärgern Wenn das Spiel schwerer wird Das ist einfach gut Ich hab die Kontrollen schon mal so schnell Oh mein Gott Oh ja Ah Jetzt bin ich gekommen Alter Ey, hört das Spiel übrigens nicht? Nee, ich auch gar nicht Das ist besser für mich glaube ich Einen Scheiß geschafft Ähm, was? Was, was? Was ist da? Das ist 8 Fast schon gut, irgendwie Das ist unfair Nee, das ist richtig fair Ich kann so gut mit Quickscropp langspringen Mit Quickscropp langspringen Mit Quickscropp langspringen Wie soll ich dann mit Quickscropp langspringen? Was? Hier ist ne Wand Ich kann nicht mehr in der Ruhe hinhaben Ganz viel Glück kommst du in der Ruhe Das werd ich jetzt ausprobieren Was wen ihr grad nicht gehört habt Nein, da oben ist ne unsichtbare Wand glaub ich Du musst ja ganz schnell die Leertrass überdrücken Mann, ich will jetzt den Stamm Es ist nervig das Timing von Leertrass denn zu kriegen Nee, das ist super, es macht richtig Spaß und das weiß jeder wie Ich weiß, ein MLG Profi schafft das Was? MLG Was ist das? Major Leech Gaming Nein, nein, nein Mist Das Teil war nicht da, hast du gesehen Ich muss aber loslaufen bevor es da ist Nein, du musst ja nicht, du musst einfach mal ran gehen Schlau kopf Alter Da unten ist ne Bandage, wie soll man die bitte kriegen? Ogmo Was? Was macht Ogmo nochmal? Doppelsporn Ha, hab ich getötet Das gewollt ist ja Getötet Nein, 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 nein Was zum? Gute Glitch auf jeden Fall Gut geglitscht Alter, ich weiß nicht, dieses Level wird mich jetzt schon ficken Schmeckt schon besser, aber immer noch scheiße Moment, ich muss es mal Naja Ist das jetzt ne 70-30 mische oder ja 20-80 Ja, ich würde mal sagen 60-40 Meinst du so Wind? Alter, wieso das jetzt? Wo war das denn? War nicht mehr ein halbes Glas Aber meine, äh, 3-70-Jährige Schmeckt auch scheiße Also, von daher Ich finde ja, falls ihr jemals Wodka trinken solltet Vor allem von Absolut den Raspberry Ich bin scheiße, kocht ihn euch nicht Oder lasst mir auch nicht von welchen älteren Menschen kaufen Wenn, dann holt ihr den Peer, der schmeckt ganz geil Peer oder Peach? Hier Gönn Okay, haben wir noch nie getrunken Wie kann ich los auch Ich weiß noch Feigen, Wodka Die alte Spülmaschine AAH GOTT Der nach Seifen schmeckt Ja, genau Nach diversen Leuten Laut Mike Mike könnte man kennen, dass man einen Titan Quest wird zum Teil Titten Titten Busen Quest, wenn ich bitten darf Ja, ich hab ihn umgebot Das ist gemein Entschuldigung Grade A ist mir ehrlich gesagt inzwischen ziemlich egal Du musst gleich ein bisschen von der Sprung Du musst ein Gamepad rein Ja, bitte Schade, dass du keinen kannst Ich brauch echt noch ein Gamepad Ich hab auch ein Gamepad Ich hab auch ein Gamepad, aber Ich glaub, du lässt dir jetzt schon ein Gerichtes von dir Da fällt mir doch scheiße Was ist dir jetzt neu? Neu Du kannst noch mal erwähnen Alter Wie soll man das schaffen? Du musst halt durchspielen, du musst mal erspringen Du kannst noch mal erspringen Entschuldigung Ich glaub tut dich nicht vor Ich hab's nicht so schwer Ich hab's nicht so indespielen Ja, ich hab's nicht so schwer Clemens xD Gleiche Nacht es war so nein ich möchte nicht so rumschreien, ich möchte manche Leute schlafen, wie ich zum Beispiel stimmt wir sind nicht alleine, scheiße wer ist noch da? glaube ich nicht ok ich bereise dafür ja welche? erstmal habe ich nur noch 8 Minuten das sind fast 9, also ich freue mich nicht so cool ja, es ignoriert mich, nein 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 ja, und du besuchst den Intervall ich mache so dieses Spiel ich werde es nicht aufgeben, nicht so wie Freddy und Kirchi ich werde dieses Spiel schaffen es gibt kein Ende wirklich nicht? es gibt Wiesel erstellte Welpen hier werde ich spielen müssen ich hatte gerade Angst, dass dieses Viech auch jump, äh walljumps kommt was ist das denn? bist du, bist du komplett des Wahnsinns wieso? was für war das gerade? das ist der Job den ich machen muss ja aber, äh, du bist nicht gesprungen du bist, du bist da da ran geklappt da musst du einfach kurz gucken NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE auf meinen Großmembran anzufassen tut mir leid so groß ist der Membran eigentlich gar nicht was? so groß ist der Membran nicht nein eigentlich wirklich nicht hast du nur ein Kleinmembran-Mikrofon, ne? ich könnte ohne Großmembran aufnehmen aber da muss man ganz leise reden und relativ nah dran sonst hat man eigentlich keinen Pop-Schutz davor ja, hab's nicht nur keiner von der Regel dann klingen die... okay ich warte jetzt ich bin IT-System-Elektroniker Fachmann für IT-System-Elektronikmann für... IT-System-Elektronikmann für... also... hier noch AHHHHH ich hoffe man hört mich auf sonst wird er jetzt die ganze Zeit sehr selb haha ich hab suchCCIS Spiel iiiich hab sie dieses Spiel... das kann ich auch zu mir selber sagen ist mir egal IT-NEEEEEEEEEEEIN!! わか Canadian LED dass ist so eine Hure dieses Spiel NJOEcer-System-Elektroniker-Elektroniker-ARVA ich würde wenigstens noch die Stage schaffen, komm Wow, such a skill. Many angles come. Very hate. Ich hab ja mal, dass die meine Aufnahme stört. Auf mein Handy kannst du ja schreiben. Ich bin nicht so weit weg. Ich weiß auch nicht, ob mein Timer überhaupt noch steht. Ja, der steht drauf. Nein! Was ist das? Eine Freundin von mir. Schreibt ihr ganz lieb, sie stört meine Aufnahme. Und sagt ihr nicht, wie ich auf YouTube heiße. Fischis Aufnahme. Schreibt Fischis Aufnahme. Dann weiß ihr das, wie ich schreibe. Oder ich von mir seit einer dritten Person rede. Wieso nicht? Na! Ich kann gleich mit dem Handy schreien. Wieso nicht? Wahrscheinlich, weil ich auch noch eine Swipe schreibe teilweise. Ja, aber ich schreibe nicht damit. Ich verstehe aber nicht, wieso. Weil ich mir das anmache. Ganz einfach. Nein, 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 nein. Wie hasst du diesen Huchen, Sohn? Du brauchst mir das neue Software. Ich weiß, nicht updaten. Ich hatte erstens kein Internet und zweitens kein Internet fürs Handy. Ich kann das bei dir updaten. Bin ich aber gar nicht. Android hast du denn da? Ernsthaft. Android 1. Wie soll man das sch... Ich glaube, das S2 hat mindestens mit Android 4 angefangen. Weiß ich nicht, guck nach. 4.1 ist es glaube ich. Oder 4.3 vielleicht auch schon. 4.3 hat nein. Nein, das müsste 4.7 inzwischen haben. Die neueste Version von Android ist glaube ich 4.4. Und die haben nur die neuen Geräte wie das S4 oder 5. Gibt doch noch gar nicht mehr eine Telefonnummer raus. Okay, deine Telefonnummer ist swag.swag.atzwag. Nein, ich spring viel zu kurz. Gott, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Und ich habe Android 4.3. Ich glaube bis soweit kann ich noch mehr aktualisieren mit dem S2. Ja, da ist es maximal 4.2 da. 4.2 von 7. Was? Ja! Haben wir einen Loop unter uns, der Kämiebeutel? Ja, nicht. Nein! Den Trick falle ich kein zweites Mal ran. Sagt er und starb. Ich starb an der Kämiebeutel. Wie lange habe ich noch? Ich fürchte nicht. 3 Minuten. Nein! Musst du so laut sein? Ja. Ich war gerade so nah am Ziel. Ja! Du bist gerade A. Du bist gerade A. Das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Hat es nicht. Was ist das? So freu- So freu- Ach guck mal, siehst du das kleine Fieder unten ist voll putzig. Wo? Da unten hier. Ahhhh! Guck mal einen Maden, die sind so süß. Salzmaden, wenn ich bitten darf. Okay, Salzmaden ist so. Hast du immer Salzmaden gesehen? Was ist das denn für ein Sprung gewesen? Was ist das denn für ein Sprung gewesen? Nein. Weiß ich nicht. Denn ich hab'n Game-P. Und ich hab' zwei. Ich hab' vier. Theoretisch. Wovon eins noch Mikey hat. Immer noch. Was war das denn für ein Sprung? Ich denke, dass du auch mal drei spielst. Ja, Swiss Army. Grüße an dich. Der guckt meine Videos sogar sonstigerweise. Manchmal oder immer. Weiß ich nicht. Ich glaub' nie. Er hat die Videos mit DT geguckt. Swiss Army ist der Random Killer. Und ich? Nein! Für eine Minute Zeit. Danke. Lord Tobi. Für Watchdodge. Was ist das denn? Was war das denn mies, Alter? Weißt du, warum ich euch normalerweise dieses Spiel nicht zeige? Hat sich nicht lohnt. Ihr würdet einfach durchgehend einen Bildschirm sehen. Welchen? Den hier. Jetzt in diesem Fall. Nein, nein, nein. Oh Mann. Was war das? Du musst um und dann lenken und lenken. Weißt du, was? Wie kompliziert ist es mit der Tastatur? Die Tastatur reagiert total verzögert. Macht sie gar nicht. Doch, reagiert wirklich. Vor allem meine, Alter. Ich hab so ne richtig teure 20 Euro Tastatur. Siehst du? Das Ding war doch nicht mehr da. Das war da. Ich hab's genau gesehen. Ich will meine alte Tastatur wieder haben. So Leute. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Hau da rein. Und ähm. Tschüss.